Guten Morgen! Heute wieder mit einem Gast, mit der Chiara, weil wir reden über ein Thema und vielen Frauen ist es immer angenehmer, wenn man ein Thema behandelt, wo es explizit um Frauen geht, wenn auch eine Frau zugegen ist. Manchmal mache ich die Themen trotzdem, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt und wir hatten gerade über das Thema selber geredet, dann ist es natürlich wunderbar, wenn man dann gleich gemeinsam ein Thema bearbeitet. Und ein Thema, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, was aber viele, insbesondere Frauen, gar nicht so richtig auf ihrem Radar haben, ist die Sexualität. Natürlich hat jede Frau Sexualität auf ihrem Radar, im Sinne davon, dass es ihn auslebt, aber die Bedeutung und vor allem, was eine gesunde Sexualität auch bedeutet. Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, und die deckt sich halt auch mit den Erfahrungen der Frauen, die ich kennengelernt habe und deckt sich auch mit Kiaras Erfahrung, dass Frauen häufig in ihrer Sexualität in allererster Linie sich um den Mann kümmern, beziehungsweise die Befriedigung des Mannes eigentlich immer die höchste Priorität hat. Warum ist das so? Weil der Mann das forciert. Weil der Mann weiß, was er will, meistens, und holt sich seinen Orgasmus. Oder so ähnlich. Ja, und die Pornoindustrie halt. Die ist auch forciert hauptsächlich, wenn man so normale Pornos guckt, eher auf den Mann gerichtet. Und so, die Frau ist eher so hübsches Nebenbeiwerk. Und das ist verankert in den Köpfen und in der Gesellschaft oft. Und ja, da kommen halt große Probleme zustande. Ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es um die Weiblichkeit und wie man so Sexualpraktiken lebt und auch Stellung und so. Und die Frau braucht an sich einen Vorlauf von anderthalb Stunden circa. Und oft ist es halt so, wenn man ein Porno schaut jetzt, wir müssen leider immer darauf zurückgreifen, weil leider heutzutage oft das so ausgelebt wird, die Sexualität ist, der Mann wird befriedigt, danach ganz kurz die Frau und dann wird gefickt. Das war's. Bumm. Also der Mann wird befriedigt und dann die Frau und dann wird gefickt? Ja, na, oft ist es so, erst wird der Schwanz gelutscht und so und dann mal kurz... Ach, befriedigt im Sinne von, du meinst, stimuliert. Befriedigung ist ja dann der Orgasmus. Ja. Da gibt es ja keinen Sex mehr. Okay. Du meinst, jetzt stimuliert. Ja, ja, das ist okay. Stimuliert. Aber du hast recht, ja, klar. Ja. Und, ähm... Wobei das gar nicht mal so häufig bei den Pornos ist. Also es ist ja nicht so, dass mir Pornos jetzt fremd sind. Also ich habe natürlich auch schon geguckt. Das ist oft mal so, dass die Frau den Schwanz lutscht. Das war früher in den Pornos, damals so, den Erotikfilm, dass dann auch noch die Frau stimuliert wurde. Heutzutage ist es so, die Frau stimuliert den Mann, beziehungsweise oftmals ist es auch so, dass der Mann einfach von der Frau den Kopf nimmt und sich stimuliert und, äh, ja, und danach geht er sexlos. Da ist nichts mit Frau stimulieren. Ja, also da... Das ist ja genau die Problematik, ne? Ja. Und gerade was Kiara angesprochen hat, auch mit der Zeit, ähm, mit den anderthalb Stunden, ich halte das vor absolut realistisch. Also das, ähm, entspricht auch meiner Erfahrung, dass wenn eine Frau eine Befriedigung haben möchte und wenn, ähm, das nicht gesunde Sexualität in irgendeiner Form ist, dann braucht das auf jeden Fall Stunden. Und heutzutage hat man ja immer im Kopf dieses Gehetztsein, ne? Ich muss morgen früh aufstehen, ich muss ja das und das noch erledigen. Und also diese gesamten Verpflichtungen, die alle irgendwo in der Zukunft liegen und die von der Gesellschaft an die Frau und natürlich auch an den Mann, wo das so indoktriniert ist in den Köpfen dieser Menschen, das führt dazu, dass man sich eben nicht die Zeit nimmt für sich selbst. Und dann sind wir nochmal bei diesem Punkt Prägung, was Kiara gesagt hat, äh, äh, ausgehend von der Pornoindustrie, dass es gar nicht im Verständnis der Menschen drin ist, dass die, dass die Frau auch erstmal stimuliert werden möchte und dass die Frau auch, die Lust der Frau, auch genauso gleichwertig ist, wie die Lust des Mannes, ne? Nur weil man es beim Mann dann sieht, weil das wie so ein, äh, so ein Geysir dann rausspritzt und man dann wie Silvester ein paar, äh, so, so, weißt du, dass es so optisch was Relevantes ist, dass das dann nur eine höhere Priorität hat, das ist, äh, das ist ja totaler Unsinn. Ja, was ich total wichtig finde, ist, ähm, ähm, dass man halt einfach ein Körpergefühl entwickelt, sich selbst, ähm, genug zu sein, ähm, sich selbst auch vielleicht anfasst und streichelt und erstmal schaut so, was mag man denn überhaupt auch so, ne? Unabhängig von einem Mann, es gibt Zeiten, da gibt es keine Männer im Leben und dann ist man allein und dann möchte man trotzdem Zärtlichkeiten austauschen. Das kann man halt auch allein tun. Also natürlich jetzt nicht immer nur allein, aber halt so, ne? Und, ähm, ich glaube für die Frauen ist es sehr wichtig, aber auch für die Männer, dass sie anfangen, wirklich sich selbst kennenzulernen und auch zu gucken, was braucht man, was, äh, was findet man schön und, ähm, Und das dann auch kommunizieren kann gegenüber dem Mann. Ja, die Kommunikation ist das A und O, egal in welchem Lebensbereich. Also ohne Kommunikation geht gar nichts. Egal ob man einen Galsierer in den Penis sieht oder eine feuchte Muschi, das ist wurscht, es muss kommuniziert werden, was man... Ja, aber die Frauen müssen erstmal wissen, was sie kommunizieren. Ja, schwierig, schwierig ist natürlich, wenn man in seinem Zustand ist, dann kommuniziert man nicht, dann isst man, dann macht man einfach eigentlich nur noch. Also da spricht man tatsächlich auch nicht mehr. Ja, dabei nicht, aber es gibt ja genug Möglichkeiten davor oder danach, man ist ja nicht 24 Stunden mit Sexualität beschäftigt, da kann man drüber reden, aber die Problematik ist weniger die Kommunikation als solches. Ich glaube, da haben die Frauen kein Defizit, zumindest aus meiner Erfahrung kann ich das sagen. Frauen kommunizieren sehr gerne, aber sie wissen gar nicht, was sie kommunizieren, weil, wie du sagst, sie gar nicht an sich selbst erprobt haben, was sie mögen und auch gar nicht mal vielleicht den Mann dazu ermuntern, Dinge auszuprobieren und sagen, hey, lass uns mal ein bisschen kreativ sein, sondern häufig einfach das über sich ergehen lassen, was da an Sexualität kommt. Und einfach, es gibt eine Studie, wenn ich die finde, dann verlinke ich euch die mal unten. Es gibt so grundsätzliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, nicht nur körperlich, was sichtbar ist, sondern auch geistig. Und eins davon ist der Status Quo, sozusagen aktuell, also es muss nicht zu Natur gegeben sein, aber innerhalb der Geschichte hat sich das nun mal so entwickelt, die Frauen haben ein signifikant niedrigeres Selbstwertgefühl, eine signifikant niedrigere Selbstliebe als Männer. Männer halten mehr von sich, haben ein höheres Selbstwertgefühl und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was dazu führt, dass der Mann sagt, hey, Sexualität, ich möchte jetzt Befriedigung haben und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich am Ende einen Orgasmus habe. Und bei der Frau ist es häufig so, dass sie das dann gar nicht so hat. Sie befriedigt sich dann quasi geistig davon oder findet das in Ordnung, dass der Mann seinen Orgasmus hat, er findet das gut, schmiegt sich an ihm und lebt das eigentlich gar nicht aus, was vielleicht in ihr ist. Generell ist natürlich die Frage, muss es immer am Ende ein Orgasmus sein? Das ist natürlich auch nicht immer mit Ja zu beantworten. Man kann Sexualität auch über Stunden treiben, ohne einen Orgasmus zu bekommen. Und es, also in welcher Art auch immer, es gibt ja auch Orgasmen, habe ich mir sagen lassen, das habe ich selber nicht erlebt, wo man zumindest beim Mann, bei der Frau weiß ich nicht, ob es das auch gibt, wo man quasi im Geiste ejakuliert, also wo die Menschen sagen, ich habe einen Orgasmus bekommen und auch das Gefühl des Orgasmus haben, aber nicht körperlich ejakuliert haben. Ob das jetzt im Bereich der Esoterik anzusiedeln ist oder ob das tatsächlich möglich ist, da halte ich mich jetzt einfach mal raus, weil ich habe es selber noch nicht erlebt und ich kenne viele Menschen, die auch mit dem, was sie sagen und mit dem, was sie anderen kommunizieren, sehr viel an eigenen Unzufriedenheiten kompensieren, wo dann auch irgendwelche Theorien dann rausgeworfen werden. Zum Beispiel in dem Fall wäre es jetzt Männer, die quasi nicht kommen können oder in irgendeiner Form Erektionsprobleme haben, dass sie dann sozusagen der Frau einen Orgasmus vorspülen und sagen, ja, das war jetzt ein geistiger Orgasmus. Aber das kann natürlich, das ist eine Theorie, aber die andere Theorie ist, ich habe es einfach noch nicht erfahren und es ist möglich, ich möchte das gleichberechtigt stehen lassen. Das nur mal so zur Information. Also der Orgasmus muss nicht immer, Entschuldigung, gleich noch zu Ende, muss nicht immer das Ziel sein, aber die Befriedigung ist auch nicht immer Synonym mit dem Orgasmus jetzt gemeint. Eine Frau kann durchaus auch befriedigt werden, wenn sie in irgendeiner Weise was anderes möchte als ein Orgasmus. Eine spezielle Praktik oder einfach eben das Gefühl, den Mann befriedigt zu wissen. Das kann ja auch eine Form der Befriedigung sein. Bloß die Frage ist dann, ob das intrinsisch ist oder ob das eben gesellschaftlich konditioniert ist. Und da bin ich der Meinung, dass diese Art der Befriedigung eben durch die Gesellschaft geprägt ist. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man sich nicht nur körperlich selber liebt, sondern auch im Geiste. Also es fängt innerlich halt an. Und es geht nicht nur darum, dass man sich streichelt und zu sich lieb ist und sich was gönnt oder ein nettes Wort für sich selber hat und so, sondern auch, dass es halt insgesamt alles ist. Sich auch selber respektiert und sich schön findet. Oder man kann sich irgendwann nach einer Zeit schön finden. Ja, möchtest du einfach oder hast du das Gefühl, dass du vielleicht den Frauen da draußen halt so ein bisschen einen Abriss aus deiner Geschichte geben möchtest, aus was deine Erfahrungen sind, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Und es ist ja auch so, dass, ich glaube, dass auch für dich der Prozess ja noch nicht abgeschlossen ist, dieser Prozess dieser bedingungslosen Selbstliebe, sondern dass, wie eigentlich jeder von uns, auch Thematiken, die ich habe, eigentlich immer wieder an uns arbeiten. Und ja, wie das so im Laufe deiner Geschichte so gewesen ist, jetzt mal ohne vielleicht ganz ins Detail zu gehen oder Namen zu nennen, sondern halt einfach so grundsätzlich mit der Selbstliebe oder wie du deine Sexualität erfahren hast als Frau, gerade in dem Kontext dessen, dass Befriedigung eigener Bedürfnisse. Also ich habe eigentlich von klein auf quasi gelernt, mich selbst zu befriedigen und deswegen war das auch okay. Sexualität war nicht schön für mich, eigentlich fast nie. Und dann hat sich das verändert. Da ist quasi aus einer Fleischbeziehung halt was Seelisches entstanden und das kann man nicht mit einer Fleischbeziehung halt, ich sage immer Fleischbeziehung, weil ich war früher immer mit Menschen zusammen, da war keine innere Bindung, sondern es war einfach so dieses typische Beziehungsraster irgendwie halt so. Man ist verliebt, dann geht es gut und irgendwann wird es halt nicht mehr schön und dann flaut es ab und dann war es das so von wegen und tschüss und der Nächste so von wegen halt. Und ja, und dann habe ich jetzt mal eine Erfahrung gehabt mit einem seelischen Anteil quasi und das kann man gar nicht, das kann man nicht beschreiben. Das ist halt, ich gebe euch mal so kleine Punkte, die der Unterschied sind. Und zwar Raum und Zeit verliert man. Man weiß teilweise nicht mehr, wo man ist, sondern man ist wirklich in dem Moment, man denkt null nach. Man isst einfach nur noch. Riechen, schmecken, hören, ist was ganz anderes. Die Frage ist jetzt, was auch besonders wichtig für die Frauen zuhören, wie hast du das geschafft? Oder wie hast du, und warum hast du am Anfang das in den Beziehungen, wo es nicht befriedigend war, wie hast du versucht zu kommunizieren? Hast du versucht, deine Befriedigung irgendwie reinzubringen? Oder hast du das halt, wie die meisten Frauen, dann halt einfach über dich ergehen lassen? Und wann war der Punkt, wo du sagst, okay, oder kam das von außen? Wie hast du das geschafft? Nee, es kam von innen. Und zwar, ich habe mich mit vielen Sachen einfach beschäftigt und dadurch hat sich meine Bewusstseinsstufe einfach erhöht und ich bin halt wie ausgewechselt eigentlich irgendwie. Also das war einfach, ich habe mich innerlich einfach verändert und habe mich für Sachen interessiert, die vorher gar nicht Thematiken waren. Und dadurch hat sich alles bei mir geöffnet und geändert. Und dadurch kommen jetzt neue Leute auf mich zu. Das ist dann alles wie so ein Kreislauf halt einfach. Wenn man sich damit beschäftigt, dann, ob das jetzt der Lichtkörperprozess oder die Spiritualität oder so ist, oder einfach so fühlen, man hört mehr, man sieht mehr. Und ja, das ist halt, du bist total sensibel oder sensibilisiert auf viele Sachen und du kannst dann oft auch gar nicht mehr mit normalen fleischlichen Beziehungen. Und das geht dann irgendwann nicht mehr, weil du merkst, das passt einfach nicht mehr, weil die Schwingung ist halt einfach nicht mehr vorhanden. Und genau, die Schwingung hat sich halt einfach komplett verändert, dann eigentlich zu allem, was auf einen zukommt. Also ist das eher so ein ganzheitlicher Prozess, dass jetzt nicht, dass du explizit sagst, okay, ihr müsst die Dinge ansprechen oder du musst jetzt das und das anderes machen, sondern dass man sich generell mit sich als Wesen im Kontext des Universums beschäftigt und ja, dass daraus dann neue Dinge erwachsen, wie auch die eigene Sexualität. Ist das so ungefähr, was du sagen wollen würdest? Oder gibt es auch noch ein paar konkrete, praktische Sachen, wo man vielleicht sagen könnte, hey, da könntet ihr vielleicht ansetzen? Na, das Ding ist, also ich denke schon, dass wenn man in einer normalen Beziehung ist, dass man einfach kommuniziert miteinander oder einfach auch mal was macht oder was ausprobiert. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Das müsst ihr einfach selber schauen, wie das ist so. und das andere, was du gesagt hast, das ist auf jeden Fall auch, aber das entscheidet jeder selbst, wie weit er ist und wie weit er kommen möchte und das hat sich in der Erinnerung, wie weit. Also wenn man sich öffnet für Sachen, dann passiert es automatisch und es kommen automatisch auch Menschen, wo du einfach eine ganz andere Beziehungsebene oder Bindung oder was auch immer da entdecken darfst. In dem Kontext auch ganz wichtig. Wenn du Menschen begegnest, die im Kopf freier sind, die im Kopf ungebundener sind, die sich von vielen Ketten gelöst haben, dann fällt es dir auch natürlich einfacher innerhalb der Sexualität mit diesen Menschen zu interagieren und diesen Menschen gehst du viel offener gegenüber, weil du bist ja viel befreiter. Du spürst auch, dass diese Menschen befreit sind. Das heißt, die Energie der Freiheit, die schwebt quasi dann über euch wie so eine Glocke und innerhalb einer Freiheit, indem man auch mal pupsen darf oder indem man auch mal sagen darf, was man möchte oder sagen darf, was man nicht möchte, das ist einfach eine ganz andere Sexualität als eine Sexualität, die quasi so ein Agreement ausgehend von der Gesellschaft, also so eine Übereinkunft ausgehend der Gesellschaft, wo die Pornoindustrie natürlich auch ihre Rolle spielt, weil die euch die Gesellschaft prägt, aber auch die Gesellschaft als solches, klassisches Frauenbild, klassisches Männerbild, das ist eine ganz andere Qualität. Und tatsächlich finde ich das sehr interessant, die Richtung, die jetzt Chiara so ein bisschen reingebracht hat, ich würde gerade ein bisschen brainstormen für mich, weil tatsächlich hätte ich eher so in erster Instanz die Tipps gegeben, kommuniziert häufiger miteinander, tut eure Selbstliebe erhöhen, indem ihr Übungen macht oder so weiter und solche konkreten Tipps wären eher von mir gekommen, aber ich finde gerade, was Chiara so sagt, eigentlich eine viel, glaube ich, eine viel erfolgsversprechendere Variante und zwar einfach sich ganzheitlich mit sich selbst zu beschäftigen und sich ganzheitlich selbst zu entwickeln und über diesen Prozess kommt dann automatisch die Sexualität mit. Weil wenn man über die Sexualität viel redet und wenn man ganz genau darüber analysiert und so weiter, konterkariert man so etwas häufig das Ziel, weil in der Sexualität wird dann, wenn der andere auch gerade im Denken ist, darüber nachgedacht, was sie dann gesagt hat oder was er dann gesagt hat und sobald denken in der Sexualität ist, ist das ein Problem und von daher wäre es gesünder, wenn die Sexualität sich einfach so entfalten lässt. Wenn man sie sozusagen nicht bewusst in eine Richtung der Befriedigung lenkt, jetzt in dem Fall Befriedigung der Frau, sondern wenn man der Sexualität einfach Raum gibt, sich zu entfalten und dann kommt automatisch die Befriedigung auch der Frau. Weil wo Raum ist, das Potenzial und dann könnt ihr quasi nach eurem energetischen Bewusstsein in dem Moment euer Potenzial dann halt auch abrufen und es wird automatisch abgerufen. Und das ist eigentlich eine viel schönere Herangehensweise und das spricht wieder dafür, dass wenn ich Themen behandle auf meinem Kanal, dass es durchaus Sinn macht, dann auch mit anderen Menschen das zusammen zu behandeln, weil sonst habe ich immer nur die Kommentarfunktion und da können wir quasi nach dem Video miteinander reden und das Video als solches wird aber wahrgenommen von den meisten Menschen und die lesen gar nicht die Kommentare. Und deswegen ist es ganz schön, wenn man direkt im Video mal so etwas durchspricht. Also danke Chiara, dass du wieder da gewesen bist. Wer sich für deine Sachen, die du angesprochen hast, Lichtprozess und was auch immer, Spiritualität an sich, da interessiert, der kann sich auch auf deinem Kanal da vorbeischauen. Du hast die Themen ja auch bei dir. Neben deinen persönlichen Erfahrungen hast du ja auch so... Ja, ganz unterschiedliche Sachen. Genau. Verlinke euch den Kanal von Chiara unten. Und ansonsten ja, was ist euer Eindruck? Jetzt geht es immer wieder bei den Kommentaren. Haben Frauen oft das in sich, dass der Mann als erstes befriedigt werden muss und teilweise schon die Lust verloren, sich selber zu befriedigen oder gar nicht mehr die Erwartung, sich selber befriedigt zu sehen und vor allem, was wir heute nicht besprochen haben, was passiert denn, wenn das so ist? Was bedeutet das für die Beziehung? Passiert dann nämlich genau das, was Chiara vorhin in ihren Fleischbeziehungen angesprochen hat. Man kommt zusammen, man macht ein bisschen was und geht wieder auseinander. Weil es gewisse Dinge gibt, wie die Sexualität, die aufgrund der Begrenztheit und der Konditionierung der Gesellschaft und des Bild der Frau, dass die Frau sich gar nicht entwickeln kann. Dass die Frau gar nicht blühen kann. Ist das vielleicht eine Sache? Wie gesagt, ich möchte da auch nicht zu viel. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung. BR 2018